Was ist die Zähne? Davor habe ich gegessen wie ein Hase. Ich hatte nur vorne die Zähne, ich konnte nur vorne kauen. Und jetzt habe ich wieder überall meine Backenzähne. Ich kann ganz normal essen, es ist super. Also ich kann das echt nur empfehlen. Man kann hierher kommen, ohne irgendwelche Vorbehalte zu haben. Hier ist alles wirklich super, toll in Ordnung. Ich hatte den Eindruck, die Geräte sind auf allerneuesten Stand. Es wurde ein 3D-Scan vom Gebiss gemacht. Das Labor ist im Haus. Die Hygiene hier ist unheimlich super und die Leute sind alle kompetent.